Guten Abend an diesem Sonntag, 15. März. Die Regierung hat sich heute erneut zu einer Sondersitzung getroffen im Kampf gegen das Coronavirus. Und dabei noch einmal drastisch die Massnahmen verschärft. Dabei orientiert sich die Regierung nicht mehr so stark an der Schweiz, sondern vielmehr am Nachbarland Österreich. Dort sind heute bekanntlich Massnahmen ebenfalls stark verschärft worden. Als Grund für die Verschärfung gibt es zwei Gründe. Zum einen steigen die Fallzahlen noch drastisch an und sehr schnell an. Zum anderen, und das ist wohl auch ein wichtiger Grund für die erneuten verschärften Massnahmen, gibt es viele Leute, die einfach nicht daran glauben, dass es notwendig ist und dass die Situation ernst ist. Was hat die Regierung heute beschlossen? Ab morgen, Montag, 16. März, sollen alle Veranstaltungen ab fünf Personen verboten sein. Das heisst de facto, es gibt keine Veranstaltungen mehr. Zudem sollen auch alle Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe geschlossen werden. Dazu gehören alle öffentlichen und privaten Museen, Kurs- und Weiterbildungen, Casinos, Jugendtreffs, die Sportstätten, Fitness- und Wellness-Center und auch die Bergbahn am Ebu. Ab dem Dienstag, 17. März, werden auch alle Restaurants, Bars, Diskotheken und Nachtclubs geschlossen. Die Hotels dürfen weiterhin offen sein, das aus einem einfachen Grund. Eventuell braucht es die Hotelzimmer die nächsten paar Wochen für Grenzgänger, die nicht mehr nach Hause kommen. Der Wirtschaftsminister Daniel Riesch hat sich heute mit den Betroffenen Wirtschaftsverbänden kurz geschlossen. Er hat auch noch einmal bekräftigt, und das hat er vorhin auch noch einmal getan, dass der Staat unbürokratische Hilfe für die Betroffenen Betriebe leisten würde. Für Details wird sicher noch ein paar Fragen zum Klären geben, ein paar offene Fragen. Das sollen aber bereits die nächsten paar Tage erfolgen. Eine ganz wichtige Information zur Arbeit geben würde ausser für die Betriebe, die jetzt geschlossen werden, nicht verboten. Man soll weiterhin arbeiten. Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber insbesondere sind aber abgehalten, die Hygienemassnahmen wirklich gestickt einzuhalten. Die wichtigste Massnahme, die es dort dabei sicher gibt, ist die Abstandsregel von zwei Metern. Eine gilt es jetzt wirklich zu beachten. Grenzgänger können auch weiterhin über Grenzen zur Arbeit kommen. Ab dem Dienstag, 17. März, aber nur noch über Grenzübergänge Schawald und Rugell. Und dafür braucht es neben der PASTE auch eine Grenzgängermeldebestätigung. Warentransporte und reine Transitsachen werden aber weiterhin möglich sein. Was aber nicht mehr geht ab dem 17. März, sind Grenzeübertritte zum Eichhaufen oder für Freizeitaktivitäten Mösterreich. Ab morgen sind auch die Kitas und die Schulen geschlossen. Das ist bereits seit dem letzten Freitag bekannt. Die Regierung appelliert jetzt aber an alle privaten und sehr erfreulichen Initiativen, die es gegeben hat, dass man allenfalls Kinder in Kleingruppen betreut und Privatpersonen, die sich gemeldet haben, was das machen, appelliert daran, dass die Gruppen einfach nicht zu gross werden. Weil wenn die Kindergruppen dann auch gleich gross sind wie in der Kita, dann wird die Schuldschliessung und Kitas schliessig natürlich an Absurdum geführt. Das gilt jetzt auch für die Jugendlichen. Man hat jetzt halbwieder eine Woche von Jugendlichen gehört, was sie wegen oder trotz Corona und auch die nächste Woche wegen der Schuldschliessung weiterhin im privaten Rahmen treffen wollen. Das ist natürlich kontraproduktiv. Töt euch bitte jetzt daran halten und euch sozialen Kontakte einschränken. Wer nicht arbeiten muss, zum Doktor oder seine Woche nicht zu verledigen, soll jetzt einfach zu Hause bleiben. Es geht jetzt wirklich darum, dass wir diese Situation jetzt nutzen. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein und unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Wir müssen jetzt alle uns ein bisschen zusammen. Die nächsten Wochen werden wirklich entscheidend sein in diesem Kampf um die Verbreitung oder gegen die Verbreitung, besser gesagt, vom Coronavirus. Fahren wir daheim ein bisschen an und schauen auf uns, aber auch auf die anderen. Die anderen, das sind aktuell ganz besonders unsere älteren Mitmenschen. Alle Leute über 60 oder wie nicht mehr über 65, glauben, dass die Jahrzahl nicht so entscheidend ist. Aber die Botschaft muss sein, bleibt zu Hause und zwar in Besuch. Und zwar insbesondere auch an den Besuch von euren Enkelkind. Die Regierung wird morgen, am 4. Mai, mit einer Pressekonferenz weitere Informationen zu den Massnahmen abgeben. Die Pressekonferenz wird auf dem Landeskanal und selbstverständlich auch bei uns im Internet auf Vaterland.de übertragen. Informiert auch über die offiziellen Kanäle und die leichtensteinischen Medien und glauben vor allem nicht alles, was in WhatsApp-Kettenbriefe oder auf sozialen Medien geschrieben und verbreitet wird. Ein Haufen davon ist noch mehr Blödsinn. So hat es heute zum Beispiel geheissen, das Medienhaus hat darum Homeoffice, weil er unter Quarantäne sei. Wir haben genau darum Homeoffice gemacht, weil er jetzt noch keinen Fall hat und nicht, weil er einen Fall hat. Wir werden euch darum auch weiterhin mit allen Informationen in dieser aussergewöhnlichen Lage informieren und versuchen, uns das Beste an eure Fragen zu beantworten. In diesem Sinne, heben Sorge und bleiben gesund!